Letztes Spiel jetzt, alles geben! Denkst du an die Tricots? Ja, passt schon, ja. Blauweiß, fertig. Gesundheit, das war der Kampfschrei, Alter. Jetzt geht's los, Alter. Ja, endlich! Da ist sie doch, die Musik! Ja, endlich! Volles Stolz und Euphorie! Zwing mal die Gegner in die Knie! Blu? Ach! Zauber! Ah, wusste ich nicht, wohin! War eigentlich keiner in der Mitte? Ich darf mal da, da hab ich ja versucht hinzuspielen, ne? Ach, schau wer da ist da! Ah, ja. Das ist der Chaos, Baby! Das ist der Chaos, Baby! Das ist der Chaos, Baby! Dann werden wir steigen! Das war stark! Achso! war es ich habe es nur probiert, auch weil die Distanz zu lange war ach ich gucke das manchmal so an, sorry na boah, ist ja schnell mit seiner Größe, Alter aaaaaaah, ich wollte reinlegen blau? ne, nicht hoch ich muss eigentlich auf hellblau gehen ja, auch da nicht hoch boah, mein Gott und wieder rüber rolle mal rüber ja, ich würde den jetzt lange auf der Linie machen hinten rolle mal rüber rolle mal rüber Sauber. Hä? Oh Gott. Ähm. Was für auch immer das war, Alter. Alter, krass, ja. Da matscht. Verlegt. Verletzt, Junge. Gestorben, ey. Ball nicht geschirrt. Sauber. Ruhig, ruhig. Ja, genau. Blau. Komm mal durch. Uah. Ach, Alter. Nimm wieder Rückraum mit gleich. Du siehst, da kannst du nicht durch. Deine Adi, Junge. Du siehst, Junge. Ja, kommen wir noch. Ah. Jun. Nee. 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 Weg vom Gegenspieler, Digi. Dann kommst du durch. Das heißt, wie anstrengend das gerade ist für mich. Sauber. Jetzt. Und zurück. Ja, du. Jetzt. Sauber. Du. Abgeee. Ihr sauber, Alter. Du. Ich... Wollte schon sagen. Oh man, ein Tor machen wir den, ey. Das wäre ich doch. Mach weiter vorne, letzte Minute. Weiter. Boah, ey. Weiter. Boah, mein Gott. Normalerweise ist es sogar rot, oder? Richtig, Alter, ja. Olli? Na, na, ich bin zu klein. Ja, der kommt genau auf die... Da muss rot weiter nach vorne. Ich bin auf gelb und gelb soll ihn weiterleiten. Aus Rennen an Runde. Ja, rennst du schon mal los? Was haben wir noch? Wer hat ihn? Wer hat ihn? Was? 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 Ja. Alter 4 direkt, Alter. Ich bin rot. Du hast doch nur L2 gedrückt. Ja, die anderen meinst du. Die können Alter 4 machen. Alter. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Nur abgeschirmt mit L2. Ich glaube, es war abseits, oder? Nein. Habe angeblich einen Foul gemacht. Mal auf Jude der Diante des Scheiben. Japan astronautsVirus. hated, ei, 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 ei. Boah ey, ich sag's euch, die muss wieder in den Rhythmus ran, ey. Werden du oder die Kinder? Wartet, 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 wenn ihr Anschluss habt. Nein! Wartet! Ach, der Ball rollt. Der Rubel rollt immer. Ja! So, jetzt sind wir da. Oh! So weit! Eh, gut. Fack! Sonic! Fack yeah! Ja, das ist, wenn man hinten rumspielen muss. Fährst du von irgendwo, ne? Ja, nur verliere ich die Bälle nicht. Och, doch. Doch. Was hab ich jetzt gemacht? Wahrscheinlich angefurzt. Oh. Fau. 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 Sauber. Komm, jetzt, ja. Ja, ich drück drei, tausendmal passen, alter. Hä? Hey? Ähm, steh euch an? Ja? Sorry. Wie gehe ich da einwürfen, Alter? Was ist das für Scheiß? Scheiß! Das war's. Glaub ich. Nichts quitten. Nein. Nein, passt nach einem anderen Riesen, ey. Ja, die spekulieren halt. Der eine hält mich fest, ich kann nichts mehr machen, ey. Sehr stark. Was? Er macht vorne Foul. Ich dachte schon, das wäre ich gewesen, ey. Was? Was? Ehrlich? Achso, nein, er hat da vorne einen Foul pfiffen und eins gleich mitgenommen, glaube ich. Also darf ich? Also, ich hab echt keinen Bock mehr, ey. Also, ganz ehrlich. Was? Wenn ich noch nicht mal mehr solche Zweikämpfe machen kann, dann brauchst du gar keine Zweikämpfe machen, ey. Ehrlich. Ja, sorry, aber das ist doch so. Hast du vollkommen recht? Das ist schon immer parteiig, das Spiel. Mach gleich mal ein richtiges Foul, ey. Wissen die mal, was das ist. Die Arschgesichter. Ja. Sauber. Bombe, Irino, mach's. Alter. Das ist wieder Nada. Ja. Weil wir die Foul nur gelb bekommen haben. Ich bin am Ball, er auf einmal kommt da vorne, vor mir dran. Nice. Ich bin am Ball, ey. Machen wir trotzdem noch aus Scheiße Tore, das ist halt so, ja. So wie im Foot, ne? Ja. Ja. So. Kann ich nicht einfach halt der vier drücken, ey, und gehen? Nein. Da müssen wir jetzt alle durch. Weißt du, was Oli gesagt hat letztes Mal? Sorry Daniel. Alles gut. Ja. Ja. Und Schuss. Und Rot. Ach, Gott. So kann man auch alte vier drücken. Ja. Oh mein Gott. Ausgerechnet beim Chaos. Oh, ja, ja. Chaos ist Qualt. Ein Dreck, ey. Kein Sonntag-Turnier mehr. Oder... Samstag. Samstag, ja. War nix, das war nix. Was, ey, da... Ja, und dafür... Für was weniger Schlimmes bekomme ich dann voll gegen mich, ey. Soll ich sich doch ins Knie ficken. Sagt's mir dann nur, wie's ausgegangen ist. Fünf, vier für uns. Ja. Das ist echt ein bisschen. Jetzt läuft's. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Sorry. Ja, du bleibst da stehen. Ja. Sauber. 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 Sauber, kommt der. Schön. Na, ist den Absatz? Geht. Die einfach mal ab, Mann! Ja, mach ich auch. Ähm... Bringen... Hier hin. Ja. Kommt. Jetzt. Aber... Der Staat. Ja. 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 Ach, meine Mutter ruft dann ist das dann wahr. Ne, jetzt nicht, ey. Ne, Mutter um 11. Ja, ja. Ich bringe mal hier hinten. Kannst ja dann reinköpfen, okay? Kommt jetzt! Neu. Alles cool Danke Was ist denn jetzt? So, ich dachte schon Ja, what? Kurz Ich muss auch nirgendwo wegdrehen Ach komm ey Ja Ja Fibrino hat im Projet Shoutout Box geschrieben Team Just Quit Full 99 Overall Was? Was? Team Just Quit Full 99 Overall GG Also Just Quit Full 99